Hallo und herzlich willkommen bei einer Runde World of Warcraft Sägewerk des Kriegs im Klader mal wieder diese eklige Runde um ein paar Leute zu ärgern wir verwandeln mal ein paar Leute wir haben jetzt hier einmal den und einen neuen und nehmen wir den hier mal den neuen Kostüm und plopp was haben wir hier noch? zweimal den Warlock nehmen wir den hier zack und nehmen wir den das war ein bisschen mehr platt habe ich nicht mehr, schon alles aufgebraucht naja und dann futter ich mal schnell mal waschier soll ich noch mal ein bisschen einen Buff kriege mit vier Ausdauer und vier Willenskraft ist richtig mega richtig im wahr Scherz so und da 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 war doch hier schön Haustier 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 die sind alle viel zu langsam oh so hoch dann schnappen wir uns mal die Flagge wir sind hier einmal lang und gehen wir schon hier hinten rum ich will nicht sterben schnell rein rennen wo ist die Flagge wo ist die Flagge so dann warten wir jetzt mal bis wir unsere Flagge haben und dann gehen wir es ab die quest mal bisschen kleiner achso und ich bin level 85 schon 85 ob ich noch 90 werde bevor ich den Urlaub fliege ich weiß es nicht ich werde noch drei Tage ja eigentlich zwei tage, aber am freitag werde ich nicht spielen können also mit vor donnerstag, ne ich denke da bin ich kein 90 außer wenn ich jetzt richtig hardcore durchzocken würde, aber nee ja 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 okay Okay. Mage in. Okay. I'm the mage. Steuung-Fu. Jetzt aber ganz schnell. LOL. Die gestorben und wir gestorben. Das ist ja perfekt. Oh, ja ja ja. Oh, ja ja ja. Einmal Waffen aufsatteln und weiter geht's. Da hinten ist es der Jäger. Mit der feilen Lage. Oh, ja. Den schnappen wir nicht. Spannend. So, weg ist er. Ja, die Horde führt 1-0. Wach 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 wach. Greifen wir uns erstmal. Zipi. Let's go. Jetzt geht's hier rund mit dem jungen Hund. Da, den Hund stoppen wir uns. Du kommst ab. Das ist ganz wichtig. Du kommst mal. Du kommst mal. Bist du. Dr tamanho. Nein. so muss der nächste da ist ja er hat mich geärgert dann los Stani bin zu langsamer wie Stani ist da gesetzt Eons weine für die Wurde das geht ja wie am Fließband hier nur 6 minuten naja ok fast 7 minuten kommt dann auch mal hier unten lang so einfach so ne und diesmal stelle ich mich nicht unten dahin wo die Flagge ist sondern stelle mich unten um immer wenn ich die Flagge Mensch dort sind alle Schieter hier komm her überlebt mich wieder ich habe es nötig die brauchen mich ohne mich sind es verloren oh komm schon geht doch geht doch aufs ok und weiter laufen da ist er da ist er obwohl ich ein da ist dun es ja wenn ich nicht nicht auf ich Ich glaube der ist schon tot. So wie ich. Und die Aliflagge ist wieder auf dem Weg. 4 Sekunden. Let's go. Laufen, laufen, laufen. Let's go. So. Er ist einmal gestand. Und dann wieder gestorben. Ich bin aber ganz schön schlecht. Na ja. Das ist ja nichts. Waffen aufsatteln. Und weiterlaufen. Und da ist ein Mensch. Oh. Habt ihr das gesehen, wie schnell ich gestorben? Das ist Kunst. Wie kunstig ist das? Ja. Hallo. Ich bin nicht da. Du. Das ist so schön. auf geht schneller und ja 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 Wo kommst du raus? Da kommst du raus. Na ja gut, zwei Minuten, ich denke mal das nochmal gewonnen, auch wenn man nicht 3 Minuten will, aber ich denke mal das nochmal gewonnen. Da war gestorben. Waffen auf der Seite und weiter geht's. Die letzten Sekunden. Nichts? Schon wieder nichts? Komm her. Boah, ich bin das Schlechteste. Ich bin das Schlechteste. War ich schonmal so schlecht wie in dieser Ruhe. Ich glaube nicht. Na ja gut. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Trotz dass ich der Schlechteste bin, habe ich die Runde gewonnen. Da sieht man mal, wenn ich der Beste bin, Verlierer, bin ich der Schlechteste, Gewinner. Alles was nicht, alles nur an mir. Na gut. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Ich hoffe euch hat die Runde gefallen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder behaltet seid. Bis dann mit euch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.